Die Montagskultur der Freien Volksbühne ist wieder unterwegs und ich freue mich sehr auf unser Alex-Live-Gespräch und das tue ich natürlich wie immer mit unseren ständigen Kritikern Reinhard Wengirek und Arno Lücker. Und ich freue mich sehr, dass unser Gast heute jemand ist, der in einem Privattheater das Sagen hat und darüber werden wir heute, denke ich, sehr ausführlich sprechen. Es ist Wolfgang Rumpf, der Direktor und Geschäftsführer des Berliner Kriminaltheaters. Willkommen. Dankeschön, hallo. Ja, wir haben ein sehr, sehr heftiges Wochenende hinter uns allesamt. Es gab drei große Opernpremieren in, wenn man so will, zwei Tagen oder zweieinhalb Tagen. In jedem der Berliner großen Opern gab es eine Premiere und es gab zusätzlich noch zwei große Sprechtheaterpremieren in den letzten Tagen. Also das war schon recht heftig und wir werden über manches davon auch heute sprechen. Herr Rumpf, wenn Sie das schauen, was die Feuilletons füllt und Sie als nicht öffentlich bezuschusstes Haus, wie fühlt man sich da, wenn man sieht, wie dominant in so einem Wochenende die großen Tanker sind als ein Privattheater mit einem bestimmten Profil? Ja, manchmal fühlt sich das für mich sehr komisch an, weil ich komme auch vom Staatstheater und manchmal, wenn ich so heute manche Staatstheater-Inszenierung sehe, habe ich manchmal schon das Empfinden, da ist ein bisschen viel Geld ausgegeben worden für etwas, was man hätte billiger machen können oder lassen sollen. Unter Umständen auch das. Ja, über billig und nicht billig ist ja vielleicht auch ein Thema, über das wir heute sprechen. Da haben wir vielleicht mal kostenbewusst und nicht billig, das klingt so abwehrend. Ja, okay, natürlich. Ein Kriegsentscheidend ist natürlich immer die Frage, wir können noch so viel Premieren an einem Wochenende, was hinten rauskommt. Das ist das Entscheidende. Und das ist immer, naja, das ist sowohl als auch. Also da entspricht zumindestens, glaube ich, nicht dem wahnsinnigen Kostenaufwand, den die ganzen vielen Veranstaltungen von Donnerstag bis Montag, bis Donntag gemacht haben, bis gestern. Also wir alle waren wieder kräftig unterwegs in den Berliner Theatern und wir schauen zurück auf die Premieren im September und wir schauen eben gleich zurück auf das Aktuellste, nämlich jetzt das erste Oktoberwochenende. Und wir beginnen mit unserer ersten Premierenbesprechung aus der komischen Oper Le Comte d'Orfmann, Hoffmanns Erzählung von Jacques Offenbach, musikalische Leitung, Stefan Plunier, Inszenierung Berikowski. Am 2. Oktober hatte diese Inszenierung Premiere und wir schauen uns, bevor wir drüber sprechen, zunächst einen kleinen Einspieler an. Zeige Musik Erzählung Erzählung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wirklich ziemlich lieblos gemacht. Also ich habe viele Nähte gesehen an dem Abend. Ich saß relativ weit vorne. Und das Licht, ich weiß nicht, ist Ihnen an dem Licht was aufgefallen? Naja, nur hier. Wenig Licht eigentlich. Schlecht ausgeleuchtet. Ich habe mich wirklich gewundert. Na klar, es gibt eine riesen Sensationsnummer. Da lacht das Publikum und gluckst. Das ist die Olympia-Puppen-Arie. Nicole Chevalier, unsere Grimassen-Subrette. Aber super, oder nicht? Es steckt in einem Schrank. Mehrere Schubladen gehen auf. Mal kommen ihre eigenen Hände raus. Mal 10 Meter lange Gummihände. Mal 15 Meter Schamhaar, das da rausgezogen wird. Und ja, wenn ich sage, eine tolle Schamhaar, Ari. Es gibt viele Stellen bei Koski. Schamhaar sollte das sein? Das sollte ihr weilendes Haupthaar sein. Das kam aber genau in der Mitte und eindeutig raus. Das war wieder einer der sexuellen Scherze von Herrn Koski. Davon gibt es leider viel. Es gibt auch wieder das tanzende Männerballett im Tütü. Im großen Barockrock. Das kann man jetzt natürlich dissen, wie wir jungen Leute sagen. Wobei ich auch nicht mehr. Aber das eigentliche Problem ist, dass sich Koski für den Stoff nicht insofern interessiert, als dass er wirklich versucht, uns eine Geschichte zu erzählen und uns ernsthaft wirklich begleitet durch diese verschiedenen verzweifelten Stadien des Hoffmanns. Also diese Story ist für ihn nur Anlass, wirklich seine Gags zu treiben. Das geht einem gehöriger auf den Zeiger. Und irgendwann ist es so wie in der schönen Helena, die ich nicht schlecht fand. Alle versammeln sich vor dem Orchestergramm, genau in der Mitte des Bühnes und versuchen, das Stück irgendwie zu erklären. Also Peter Renz, ja, der da irgendwie dieser ehemalige Zenor-Mittis hat, versucht dann irgendwie durch irgendwie verschiedene Aktionen irgendwie dieses Stück dann doch noch so fassbar zu machen. Das gelingt aber leider überhaupt nicht. Also es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich habe ihn, also ich... Bei der Helena jetzt, ne? Nein, jetzt. Nein, 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 genau. Also ich fand es nur ähnlich wie bei Helena, weil auch da, weil es so schwierig zu inszenieren, ein Stück alle in der Mitte zusammenkommen und sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Zum Schluss hat er es auch nochmal alle herangeholt. Genau. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass wir hier ja so einen narzisstischen ETH-Hofmann-Typen haben, der verschiedene emotionale und selbstbemitleidende und destruktive Phasen durchläuft. Und das ist einfach nicht gut, wenn das in drei Figuren dargestellt wird. Das fand ich das größte Problem. Also dass er sozusagen gedreht hat. Der Hoffmann ist in drei und die Damen des Herzens oder der Träume oder der Wünsche des Hoffmann, die ist eben eine Figur. Das ist ein toller Gag und Gags gibt es, sehe ich auch so, zu viele leider in dieser Inszenierung. Man kann ja nicht zu viele Scherze machen, aber ich möchte mal, ja, na gut, das mag sein. Aber was, ich muss mal ehrlich sagen, also ob ich ein bisschen doof war, also ich habe das eigentlich, wenn ich nicht vorher im Opern nochmal nachgekommen oder hinterher, gar nicht richtig kapiert, das ganze Ding. Das ist eine so verwordene Hin- und Hergeschichte, Himmel nochmal. Wer denn nun gegen wen und mit wem und über wen und unter wem und so was. Aber ich glaube, darum geht es nicht, weil es ist ja ein Wirrwarr des Menschen. Aber da muss doch der Regisseur irgendeine Idee entwickeln, soll ich mir das bloß wegen der hübschen Musi angucken? Das kann es wohl nicht gewesen sein. Das hat er sicherlich auch nicht gewollt. Dann hätte er nicht tausend tiefgründige Anschwielungen mit Don Giovanni, als die Frau, der Mann als Verführer, ja, von Männerfantasien wimmelt es ja da drin sicherlich. Es gibt viele Anspielungen, haben Sie gesagt. Ja, aber irgendwie am Ende weiß man gar nicht, wo das ganze Ding so richtig hin will. Ich muss auch sagen, also nichts gegen diesen ehemaligen Sänger Uwe Schönberg, aber es ist nun mal leider so, dass viele Sänger nicht so gute Schauspieler sind, teilweise schlechte Schauspieler. Jetzt ist dieser Uwe Schönberg eben nur als Schauspieler da. Und ganz ehrlich, das reicht nicht für einen Abend. Also das hat mich schon am Anfang überhaupt nicht gefesselt, wie er da rumkichert. Am Anfang ging es noch, da hing der Süffklumpatsch dort, aber dann klumpatscht er sozusagen sich durchs Stück. Da hätte wirklich eine Schauspielergröße vom deutschen Theater rangemusst, der hätte vielleicht noch so ein bisschen mehr Charisma verbreitet. Viele haben auch geschrieben, weil dieser Herr hat da eine Glatze und eine Brille und es ist ein bisschen pummelig, dass das Koskis alter Ego ist, dass das sozusagen Koski selber ist, der da ist. Das ist super, aber es ist ja, wobei, da bin ich da gar nicht draufgekommen, aber es ist gar nicht so unwitzig. Also man muss aber echt sagen, also die Komische Oper macht natürlich eine tolle Arbeit. Wir haben viele Sachen sehr gelobt. Immer, immer. Aber es gab tatsächlich zum ersten Mal ein paar Bues, als Herr Koski dann aufgedreht ist beim Premier Applaus. Und ich denke, das muss jetzt ein Signal sein für die Komische Oper, gerade für Herrn Koski, der selber inszeniert, wirklich mal wieder Geschichten zu erzählen. Ja, eine Story, die man auch halbwegs noch, oder eine Haltung zu einer Geschichte, auch das kam nicht raus. Das ist doch der Hauptpunkt für mich. Ich habe die Inszenierung nicht gesehen. Aber ich kenne genügend andere Inszenierungen, wo ich mich hinterher frage, was hat sich der Regisseur dabei gedacht. Also irgendwie bin ich schon der Auffassung, dass der Regisseur erst mal sich als Anwalt des Autoren verstehen muss. Das ist aber eine These, die ist, glaube ich... Die ist verstaubt, oder was? Ja, aber ich befürchte, ich befürchte. Nein, ich finde sie völlig in Ordnung. Ja, ich auch. Aber ich finde sie völlig in Ordnung. Und dann muss man natürlich, und kann man, und soll man, eine Lesart, wie es Brecht nannte, für heute finden. Das ist schon richtig. Aber erst mal muss ich doch sehen, was will der Musikautor, der dramatische Autor, mir sagen? Was will er erzählen? Und das muss ich erst mal versuchen zu entdecken. Das ist bei diesem Stück aber tatsächlich ein Grundproblem. Also es ist wahnsinnig lang. Es wird auch immer was gekürzt. Es gibt verschiedene Teile, die kann man sich so zusammenstellen. Das ist halt so eine Dramaturg-Baustelle. Da kommt dann halt so was mal bei raus. Da hätte Herr Koski was zu entdecken gehabt, wie Sie das sagen. Und ganz blöd fand ich, muss ich noch mal, immer die ganze Chorbehandlung, so was Bescheuertes immer, die da im Kleid rumrennen erst mal auf der schiefen Ebene. Warum? Ja, was ganz... Versteht keiner. Ja, haha. Und gerade das, der Chor war früher an der komischen Oper. Also die waren toll trainiert, die haben alle schon halbe Hüftschäden, weil sie auf der Schräge stehen müssen, stundenlang. Und dann kam er am Ende dann ja quasi in Unterwäsche an. Warum in Unterwäsche? Natürlich auch wieder immer ein hinreißender Anblick bei den Herren. Aber mit Totenmasken, oder was war das? Die hatten doch alle... Das war schwer zu erkennen durch diese hässliche... Die Beleuchtung war wirklich doof. Also das haben Sie vielleicht in der 10. Reihe gar nicht, oder in der 15. mitgekriegt, wenn es so viele Reihen gibt. Ich habe mit Ach und Krach ausgekriegt, dass die dann alle übermalte... Übermalte, genau. Also Totenköpfe waren das eigentlich. Ja, so Reizähne eigentlich. Also spielte ja, ja, der Tod spielt ja auch in dem Stück eine Rolle. Ich will noch ein anderes Phänomen ansprechen, und zwar auch wirklich Fragen, Herr Lücker. Die Musik. Die Musik fand ich jetzt gespielt, also man denkt ja immer, Jacques Offenbach, französisch, der französische Klang, oder also ich weiß nicht, ist das eine Chimäre, oder was sagen Sie? Naja, französischer Klang. Also musikalisch war das, hatte das Hand und Fuß, also das Orchester spielte wirklich sehr schmissig, unter Stephan Blünier, die Sänger waren auch alle okay, der Chor, gerade Chor des Jahres geworden, natürlich vor allem wegen Moses und Aaron. Oder war das zu schmissig? Nö, mir kann es nicht schmissig genug sein, das ist Geschmackssache. Oder hätte es mehr Champagner-mäßig sein müssen, wie Luther und Wegner-mäßig? Nein, musikalisch fand ich das absolut einen runden Abend, aber auch jetzt nichts Großartiges. Es war ein ganz merkwürdiger Abend, auch die Stimmung war mir, wirklich die Luft war auch ganz komisch. Ich weiß nicht, also... Die Stimmung war höchst erwartend, also alle haben gesagt, jetzt kommt wieder eine ganz große Offenbarung. Und dann immer mehr so, was soll, na und so, es nickerte der Zweifel durch. Den im Oktober durchgespielt, und zwar am 7., 11., 14., 18. und 25.10. Also wir können sagen, nicht der ganz große Wurf, ganz bestimmt nicht, aber ansehen kann man dieses Stück doch, oder? Kommen wir zur zweiten Premierenbesprechung, und zwar waren wir in Potsdam im Hans-Otto-Theater und haben uns angeschaut, ein neues Stück von Roland Schimmelfennig, Das Schwarze Wasser, in der Regie von Elias Perich. Die Premiere war am 18. September, und auch dazu haben wir einen kleinen Film und schauen uns den mal an. Vielen Dank. Ja, was wir hier gesehen haben, spricht schon Bände. Es ist ein neues Stück, das, glaube ich, fast mit am meisten gespielten Gegenwartsdramatikers, Autors... Am meisten Schreibende auch. Ja, Schreibende auch. Viel, viel Schreibende auch. Roland Schimmelfennig. Und damit, mit diesem kleinen Stück, hat das Hans-Otto-Theater seine Spielzeit eröffnet. Darüber gäbe es auch schon einiges zu diskutieren, ob das Stück das Richtige ist, um, naja, sozusagen darauf zu zeigen, dass man da ist wieder. Und gehandelt hat dieses Stück von einem großen Thema, nämlich der sozialen Integration oder besser Desintegration. Worum geht es? Die Geschichte ist schnell erzählt. Zwei jugendliche Gruppen treffen sich des Nachts illegal in einem Schwimmbad und im schwarzen Wasser, sozusagen. Sie überklettern die Zäune und begegnen sich da. Und es findet eine Begegnung im wahrsten Sinne statt. Es gibt Gespräche, es gibt gemeinsame Aktionen, es gibt Sex, es gibt alles. Also es ist jede dieser beiden Gruppen, die man beschreiben muss. Die eine ist eine soziale, mittelstandsjugendliche Gruppe und die andere ist eine türkische Migrantengruppe. Und es werden die Schranken, die sozialen Schranken, die Herkunftsschranken in dieser einen Nacht quasi aufgehoben. 20 Jahre später treffen sich alle, also treffen sich alle nicht wieder, sondern 20 Jahre später wird in dem Stück erzählt, was aus den Personen geworden ist. Und es stellt sich heraus, natürlich die Mittelstandskinder sind auf dem Weg, Minister zu werden. Die damalige Eine-Nacht-Geliebte ist eben Kassiererin im Supermarkt. Und es ist im Grunde so, dass alles ist seinen vorgefertigten Gang gegangen. Und niemand bricht sozusagen aus aus seinem sozialen Feld oder schafft es entsprechend aufzusteigen. Das ist im Grunde die These in diesem Stück. Und das ist natürlich etwas bitter, dass das so in dieser drastischen Weise formuliert wird. Mehr oder weniger so klar von Roland Schimmelfennig. Also alles ist determiniert und niemand kann sich und seine Schranken niederreißen. Erzählt ist das Ganze, und das hat man ja eben auch gesehen, ganz sparsam. Und es ist, besser gesagt, es ist viel erzählt und wenig gespielt. Man hat kaum Requisiten auf der Bühne. Die Schauspieler sind großartig. Und es wechseln die Zeiten, also 20 Jahre vor, 20 Jahre danach. Und es changiert hin und her. Und dem zu folgen ist manchmal nicht ganz leicht. Aber es ist einfach ein kleines Stück, das eben sagt, jeder ist in seiner Rolle determiniert. Und große Veränderungen kann es gesellschaftlich nicht geben. Also relativ bitter, finde ich. Und dann eben doch auch ein wenig zu schlicht erzählt. Ich habe mir gedacht, in welche Zeit setzt er das eigentlich rein? Also ich mit einer Westbiografie würde sagen, für mich passt es fast sozusagen in den Beginn der 70er Jahre, also die Erstbegegnung, und dann an den Beginn der 90er Jahre quasi diese Art. Da ist das Stück, finde ich, ganz treffend erzählt, aber nicht, glaube ich, von den 90ern zu heute. Also da hat er irgendwie einen Griff getan, der mir nicht ganz plausibel ist. Und das würde ich dann doch als klaren Abstrich an diesem Stück insgesamt formulieren. Er meint vielleicht gerade, dass dieses Pessimistische das Realistische sein sollte. Denn es ist ja eine völlig, wie Sie schon sagten, aussichtslose Situation. Also die Migranten gehören, bleiben immer im Supermarkt und im Teeverkauf oder im Gemüseverkauf. Und die kleinen bis gut bürgerlich betuchten Sprösslinge, die machen Karriere in Ministerien oder in Gymnasien, steigen auf und die anderen bleiben, wursteln unten weiter so hin. Und die Erzählweise des Ganzen ist eigentlich ziemlich kompliziert, schwierig, muss ich ehrlich sagen. Es wird ja keine richtige Geschichte erzählt, sondern es wird der Teenager-Euphorie im Freibad entgegengestellt, 20 Jahre später, so eine, ja, und es gibt keine Dialoge, es sind alles Monologe, kurze Monologe, in denen die wiederum die Zeit von dem Euphorischen damals, wo die Utopie beschweren, wir lieben uns alles, wird alles wunderbar mit uns, und dem Pessimistischen oder Sarkastischen, jetzt ist es eh alles scheiße, ich bin immer unten und du bist immer oben, dass das schon im Satz, in zwei Sätzen sich hin und her schiebt. Und da muss der dann immer umständlich sagen, sagte Frau Mayer damals, sagte Karnelia heute, sagt Pauli damals, ach, also das ist ja ätzend. Und das geht die ganze Zeit so. Ja, es ist ätzend so was. Also es fängt so an, dass eine Situation geschildert wird, und sagte Peter, ergänzte so und so. Es gibt doch keine festen Rollen, man kann sich auch an niemandem festhalten. Also das ist der Pauli, das ist der Gustav, das ist der Ernan, das ist die Eche und so. Nein, alle sind immer alles und so. Naja, nicht ganz. Ziemlich, also man kann der Sache kaum folgen, man kriegt nur die Grundessenz irgendwie mit. Das ist der pessimistische Folie, diese abstrakte pessimistische Folie. Und ja, es ist eigentlich so eine Art Redeoper, so Rede, Rede, Rede. Ich habe gedacht, Elias Perrich ist ja ein Schweizer Regisseur, dass er das tatsächlich sehr bewusst in so einer Hörspielform inszeniert hat. Das ist interessant, das wurde ja kurz zuvor in Mannheim U aufgeführt und zwei Tage oder drei Tage später in Pott. Und dort hat das der Kosminski, der Schauspieldirektor von Mannheim, der hat daraus richtig Rollen gebastelt. Also die Sache zieht mich an, hat dann richtig Futter bei die Fische, damit die Schauspieler mal wenigstens irgendwie was richtig, mal Kraft und mal einen Dialog und so herausfiltern konnten. Also nicht nur dieses rein Artifizielle, das haben die perfekt technisch gemacht. Die haben ja dauernd auf Kommando im Sekundentakt, wo der eine fängt den Text anzureden und der andere nimmt ihn auf und führt ihn weiter. Und der steht dort und zwischendurch machen sie noch Ball hin, Fußball hin und her. Und man denkt die ganze Zeit, ach so ja, für so ein Entree, so die ersten 10, 15 Minuten, um eine Geschichte, um so ein Setting zu erzählen, weil es gibt eigentlich kaum ein Bühnenbild, es gibt so ein paar Stühle, die sind da hingestellt und durchaus also... Ganz auch feine, edle Bühne, so Leerraum mit Sanft beleuchtet von hinten. Also die Geräuschkulisse einer Disco zum Beispiel wird dann halt durch Mundgeräusche, durch einen Mundbeat sozusagen konstruiert. Und das ist das Problem. Irgendwann denkt man, jetzt löst dich doch mal von diesem Korsett, das ständig sich ergänzen und immer nur behaupten. Und das ganze Stück ist eine Behauptung. Irgendwann kommt Blut. Irgendwo an dem Hemd von irgendjemandem ist Blut. Und da denkt man so, ah, also da bin ich wieder ein bisschen aufgewacht, dachte, okay, da ist also irgendwas passiert. Und tatsächlich stellt sich nachher heraus, da hatte nur jemand Nasenbluten. Und Nasenbluten ist für mich so der Inbegriff der Harmlosigkeit. Also wenn früher jemand bei uns in der Klasse Nasenbluten hatte, das waren auch immer die gleichen, die hatten immer die gleichen Nasenbluten. Das ist so der Inbegriff, also es war mal ein bisschen schlimm, aber es ist ja nur Nasenbluten. Und das ist dann sozusagen die Moral des Stückes. Ja gut, dass Aische irgendwie Supermarktverkäuferin ist, der eine ist Zahnarzt und der andere ist nur die Zahnarzthelferin natürlich. Das kann man natürlich so erzählen, aber doch nicht in unserer heutigen Zeit. Also so ein 90er Stück zu machen, also jetzt was aus den 90ern zu nehmen. Also wir sind doch ganz woanders, wir haben doch mit ganz anderen migrantischen oder postmigrantischen Themen zu tun. Und dann da so ein Stück da hinzustellen. Und ich habe mir gedacht, wie alt ist denn der Roland Schimmelfin? Ich habe noch mal gegoogelt, der ist ja noch gar nicht so alt, dass er jetzt als 80-Jähriger irgendwie auf die 70er und 90er Jahre zurückschauen muss. Ich habe das nicht ganz kapiert. Ja, da muss man nicht 80 für sein, um auf die 70er zurückzuschauen, aber... Sie wissen, was ich meine. Es ist ein bisschen schmalbrüstig, das ganze Ding, in jeder Beziehung. Und umso unverständlicher, warum man es zum Spielzeitauftakt genommen hat. Das ist ein Kammerstück, das man durchaus auch... Das kann man überall spielen, man braucht kein Licht groß. Hier können wir das spielen, wir können das machen. Frau Stöber hat es gesagt, wir werden Live-Hörspiel. Ja, wir können es nicht auswendig lernen. Die haben ja immer diese relative Textmasse und dieses Hin und Her. Das hat ja Perring, der Regisseur, der hat das denen wahrscheinlich mit einem Dreschflegel eintrainiert, dass das klappt. Das war unglaublich diszipliniert. Ja, also wir haben im nächsten Stück dasselbe Problem und da war es nicht so perfekt und so artifiziell wie in Potsdam. Aber trotzdem wird es dadurch auch nicht spannender. Ja, es ist erstaunlicherweise sehr selten auf dem Spielplan. Im Oktober nur ein einziges Mal, nämlich am 18. Oktober und dann nochmal am 20.11. Ich habe mich sehr gewundert darüber, aber weil ich ja doch denke, zumindest zur Auseinandersetzung reizt das Jahr. Ja, und gut, man weiß nicht, was sich Herr Wellemeier dabei gedacht hat, dass er es dann, also weil wenn ich es als Auftakt nehme, dann muss ich es natürlich auch öfter spielen, finde ich. Also so ist es doch sehr zurückhaltend im Spielplan gesetzt. Und dann so eine Programmatik zum Spielzeitauftakt, also das wirft schon Fragen auf. Ja, wie gesagt, bedingt, bedingt, bedingt im Spielzeitaft. Ja, wir kommen schon zu unserer dritten Premierenbesprechung und zwar Maxim-Gorki-Theater. Und da gibt es ein Grunde, das zweite Stück, das sehr prägend fürs Max-Gorki-Theater produziert oder geschrieben wurde vielleicht sogar. Und dann kam Mirna von Sibylle Berg in der Regie von Sebastian Nübling. Die Uraufführung war am 24. September und wir freuen uns, dass wir auch hierzu ein kleines Stück haben als Entree. Und dann kam Mirna von Sibylle Berg in der Regie von Sebastian Nübling. Die ersten Jahre mit Mirna fließen heute zusammen zu einem, ich sag mal, Himmel aus Liebe, in dem ich vollkommen verblödet schwebe. Ja, ich schwebe und sage, es hat gelacht, es hat mich angesehen. Das ist das Beuchlein. Schauen wir mal, das ist das Beuchlein. Man sollte eine Beuchleinskultur errichten. 5, 6, 7, 8. Ja, Herr Wink, Ihre Kinder auf der Bühne. Ja, da haben wir nun gleich die beklopptesten Szenen gesehen, für meinen Geschmack. Also erstmal der Reihe nach. Sibylle Berg ist eine Autor, die hat das als Auftragswerk für das Gorki-Theater geschrieben. Nicht, weil es mit Migration was tut, hat gar nichts weiter mit Migration zu tun. Sondern es sind Schauspieler, die die Migrationshintergrund haben, aber das Stück selbst nicht. Und zwar vor zwei Jahren, zum Eröffnung der Intendanz Langhoff, hieß das Stück, es interessiert mich nicht, es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen. Und da treten diese vier Damen, die ja am Anfang im Schlapperpulli auftraten, an und haben über ihre Erlebnisse und ihr nicht zurechtkommen mit dem Leben. Sie kommen alle vier nicht zurecht mit dem Leben, mit dem Dasein, als Studentin oder als Jobberin und als gerade mal die Schule verlassen. Und was nun werden, also nicht wissen wohin mit sich und mit überhaupt und mit ihren Trieben und mit den Männern und mit dem Geld. Und also sie ist eine chaotische, das Draußen, das ist dann das sogenannte Draußen, wo man also strukturiert sein muss und sich mal anpassen muss und dann mal irgendwas leisten muss. Das können sie alle nicht, da können sie sich nicht einfädeln. Und jetzt kommt, die Autorin ist eine sehr, sehr sympathische, ich mag die sehr, mag sie sehr. Sie schreibt auch Romane, die sind außerordentlich spitz. So eine Zeitgeist-Zynikerin, muss man fast sagen, so ist sie eigentlich. Die, also sehr politisch unkorrekt, immer diese ganzen Sachen, wo die uns so heimlich auf den Keks gehen, die man aber nie so drastisch öffentlich aussprechen mag oder möchte oder sollte. Das bringt die schön alles, legt die diesen vier Figuren, da hat die dann in den Mund gelegt. Und jetzt kommt zwei Jahre später das neue Stück, der abdicke Bauch, von dem die Rede war, da stecken die Mirnas drin. Also wir sind hier abstrakt, das ist keine konkrete Figur, keine konkrete Biografie, sondern auch vier abstrakt zusammengesetzte Lebensentwürfel. Im Lebensentwürfel ist schon fast zu viel gesagt. Nur, dass sie jetzt das, wo sie als gehören, der Schlusssatz war bei dem ersten Stück vor zwei Jahren, hoffentlich wären wir, wenn wir jetzt zwei Jahre älter sind, ein bisschen schlauer und nicht mehr stehen, nicht mehr ganz so doof, blöd da wie jetzt. Peng aus, Licht aus, alle haben gejohlt. Das war ein hinreißender Abend, der war sehr perfekt gemacht und technisch, meine ich, ist ja auch wieder eine Sprechoper, die sprechen ja immer nur. Aber sie bleiben zumindest bei einer, wenn man so will, Figur. Es geht nicht noch so, dass Paul und Minna noch sich gegenseitig die Texte wegnehmen, aber das ist jetzt auch unwichtig. Und das, die, diese, es wurde dann gleich zum Stück des Jahres bei Theater heute und das wurde, kriegt sie den Mühlheimer Theaterpreis. Und Frau Berg ist, also wurde damit als Theaterautorin spätestens dann also hoch gefeiert und das auch zu Recht. Und jetzt hat sie nochmal einen zweiten Aufguss gemacht, ein bisschen aufgusshaft ist es schon, ist nicht mehr ganz so spitz. Aber jetzt geht es also darum, wie, dass sie genauso beschissen im Leben dastehen, obwohl sie nur Alleinerziehende, die Männer haben sie alle aus dem Staub gemacht, erfährt man so zwischendurch, und wie sie nur alleine mit ihren Göhren zur Rande kommen. Die Göhren traten dann auf, als die vier, so zwölfjährige Göhren, die man leider kaum verstanden hat, weil sie so genuschelt haben. Und das Albernste bei der ganzen Veranstaltung war, dass der Regisseur Kimmich unaufhörlich von einer Kollegin, die Choreografin... Nübling, nicht Kimmich. Nicht Kimmich. Nübling. Nübling. Nübling, Sebastian Nübling, der hat ja das andere auch schon gemacht. Weil die alle Sebastian heißen, fast alle. Fast alle. Nochmal richtig. Also Sebastian Nübling. Nübling, Sebastian Nübling. Nicht den falschen Rösser, um Gottes willen. So, der hat ja so eine Choreografin noch, die ihm diese albernen Tänze, also solche, so ein Schwachsinn, das rumgezappelt auf der Bühne. Man sitzt da, aber haben die eine Klatsche da, was machen die denn da für Blödsinn? Das war großartig. Es war ja nicht mal großartig toll. Absichtlich nicht, das war absichtlich schlecht und ein bisschen nerdig. Und ich meine, das sind vier Frauen... Ja, mal, aber so lange. Das war doch nur die ersten fünf. Ne, die haben immer wieder zwischendurch sind die rumgehamptet. Ich fand das höchst amüsant, eine Parodie auf das moderne Tanztheater. Lustlos, nerdig, mit den hässlichsten Klamotten der Welt. Ich fand das, das passte sehr gut. Wirklich, ich hatte wirklich Spaß. Ja, okay. Wir waren in der selben Vorstellung. Das ist mir auf den Keks gegangen, das saßen ja in einer Reihe. Nein, jedenfalls, also ich muss sagen, dass das auch bei dem Lübling diesmal, im ersten Fall, bei dem ersten Stück, wo auch, glaube ich, fast dieselbe Besetzung von den vier Frauen war, da war das ja ein artifizielles Sprechen, das war perfekter. Also es ist ja ein Sprachkunstwerk, das wimmelt ja von Pointen. Und die müssen dann kommen. Und das war so ein bisschen verhuschelt so ein bisschen. Das muss dann auch ein Sprechkunstwerk, wenn es ein Sprachkunstwerk ist von Frau Berg, muss es auch der Regisseur zu einem Sprechkunstwerk, wenn er es schon so ganz abstrahiert im leeren Raum runterrattern lässt. Das würde ich mal sagen. Und ich sage noch eine Bemerkung, das ist, was mir überhaupt auffällt, bei vielen, das ist mir im deutschen Theater, bei Terror jetzt wieder aufgefallen, bei dieser Oberführung und auch anderen Stücken, die man zu sehen bekommt. Und auch, das ist, das gibt keine, die Autoren schreiben keine richtigen Storys mehr, die sie durcherzählen. Sie schreiben auch nicht gerne pralle, lebenspralle Figuren, die in Konflikten aufeinander stoßen. Und daraus entwickelt sich was. Und da entstehen tolle Dialoge. Dialoge schreiben ist ja auch ein Kunststück. Es ist immer monologisch, plakativ erzählend. Und es wird dann auch eigentlich frontal unterrichtsmäßig vorgetragen, also runter ins Publikum, an der Rampe, vorne möglichst. Und damit es nicht gar so öde kommt, wird gehampelt zwischendurch. Oder irgendwelche Videos, also bei der unsäglichen Veranstaltung Terror von dem, wie heißt er da, ich werde ihn nannt, von Schirach, was ein ganz großes Thema, ganz platt abgehandelt. Aber das ist jetzt nicht hier zu beitragen. Aber dasselbe Problem. Sie haben keine Videos an dem Abend. Es gibt keine Videos an dem Abend. Ich meinte allgemein. Diesmal nicht. Da hat er extra wahrscheinlich gemacht. Wir machen keine Videos und so weiter. Aber da war die Sprache, dann war es mir zu wenig intensiv. Ich weiß, was Sie meinen, dass sich die Art des Erzählens, in Anführungsstrichen, gewandelt hat. Und dass das einem manchmal gehörig auf den Zeiger geht. Und die Regisseure trauen dem selber nicht so ganz und denken, sie müssen es anfüttern. Ja, ich glaube aber, dass Sebastian Nübling hier ein großes Vertrauen in seine Erzählweise hatte, weil das nämlich für mich auf eine Weise sehr stimmig ist. Sie haben diese Kinder angesprochen. Tatsächlich, die sprechen ja auch immer zu viert, sind glaube ich nicht zwölf, die sind eher so acht bis elf. Also sind noch ziemlich klein und werden auf eine für mich bisher unerlebte Weise im Theater eingesetzt. Dass wirklich Kinder auf der Bühne wirklich spielen und nicht nur süß sind und mit dem Stofftädie da rumkommen, sondern das sind wirklich selbstbewusste Gören, die von ihrer Mutter eben einfordern, was ein Kind nämlich ja einfordern darf oder auch nicht einfordern darf. Nämlich, dass sich Mami und Papi wieder lieb haben, aber Papi ist schon längst verduftet. Und nicht nur das, dass sie sich lieb haben, sondern auch, dass sie von ihren Eltern Ordnung und Vorbildfunktion... Und Spießigkeit verlangen. Der Text ist ja schon doll, das muss man sagen. Die Kinder sprechen halt auch immer komisch zu viert. Tatsächlich, da gibt es manchmal wirklich ganz schöne Sprachverständlichkeitsschwierigkeiten, zum Beispiel genauso, auch wenn Sie reden, während ich rede. Ich habe mir dann immer beholfen, damit, dass ich auf die Übertitel geguckt habe, die zwar auf Englisch waren, aber das hat für mich das dann immer ergänzt. Finde ich sowieso eine gute Sache, dass das jetzt alles so international ist. Ich fand, dass hier Kinder auf eine Weise eingesetzt wurden, wirklich selbstbewusst, rotzig und trotzdem irgendwie auch natürlich süß. Und es gibt auch wirklich so eine Moral der Geschichte, nämlich, dass Kinder eigentlich die spießigsten sind. Während die Eltern irgendwie sich auch inzwischen auf Facebook angemeldet haben, was die Kinder natürlich total peinlich finden. Und umgekehrt, die Eltern sind die Spinner und die Kinder sind die Realisten, das sind die Lebensstarken. Aber das kennt man doch. Die Lebensstarken sind die Gehörner, nicht die Mütter. Die Veränderungen nach Generationen. Mit Blick auf Ihre Generation, die 68er, die immer bloß rumkiffen und nichts leisten, böse gesagt. Der Regisseur muss es erst mal schaffen. Und ich meine, diese Vorlage von Sibylle Berg ist natürlich kolumnistisch. Das ist im Prinzip eine auf die Theaterbühne gehobene Kolumne. Und 70 Minuten mich dafür zu interessieren, was eine Mutter, die sehr mit sich selbst beschäftigt ist, was in der so vorgeht. Und was dann in der Interaktion, die nämlich durchaus stattfindet, das sind nicht immer so zwei artistische Monologe mal vier. Was da abgeht, interessiert mich dann schon. Weil mich interessiert es ansonsten nicht wie eine Mutter mit einer Zehnjährigen, wie es in der so vorgeht. Und der Regisseur schafft es, zusammen mit diesem gar nicht so tollen Text von Sibylle Berg, mir einen 70-minütigen Abend zu bereiten, an dem ich nachher mit einem guten Freund noch zwei, drei Bier getrunken habe. Weil der Abend für mich sehr gut war. Ich meckere ja nicht das Stück runter. Ich fand bloß das Stück besser als die Inszenierung. Die Inszenierung hätte ich, weil ich das erste vielleicht gesehen hatte. Da dachte ich mir, das hätte noch ein bisschen stringent. Wir resümieren, wir resümieren, also auf jeden Fall... Kann man hingehen. Kann man sehr amüsantes Stündchen. Eine Stunde, zehn Minuten ist der Spaß vorbei. So muss das sein. Zack, aus. Ich höre das hier. Und dann können wir das sehen am 23. und 27.10. So, Herr Rumpf, jetzt kommen wir endlich zum Berliner Kriminaltheater. Und ich denke, Sie müssen uns noch mal allen erklären, wie kommt es, dass man im Grunde so ein Genre-Theater macht. Mit einem Stoff als Thema für ein eigenständiges Theater. Und vielleicht berichten Sie dann doch, weil viele unserer Zuschauer das dann doch nicht vielleicht so wissen, den Werdegang zu dem, wo Sie heute sind, also Sie und Ihr Haus. Und damit wir das einfach noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Okay, sehr gerne. Ja, das ist ja, eigentlich ist es gar nicht kompliziert, sondern relativ einfach. Wir haben vor 15 Jahren, wir heißt Wolfgang Seppelt und ich, mein Geschäftspartner, dieses Theater gegründet als folgende Überlegung. Ich hatte damals, war Chef des Berliner Satire-Teaters, Krabbit Kneifzange. Seppelt hatte ich an das Haus geholt für den Marketingbereich, Öffentlichkeitsarbeit. Und vor 15 Jahren, wie man so zu Neudeutsch sagt, noch genügend Manpower. Ich sagte, man muss was anderes machen. Mich hatte diese politische Satire, hat für mich nicht mehr so funktioniert, weil denen, die man auf den Kopf schlagen muss, die sind eh nicht bei dir im Theater. Es sind alle da unten immer nur mit dir einer Meinung und das fand ich ziemlich uninteressant. Und deswegen haben wir gesagt, was Neues noch zu machen in Berlin. Was macht man beim Angebot von 50 Theatern, die es dort gibt und mehr Theater noch, aber eben 50 so im Schnitt, die einem täglich begegnen. Man muss etwas machen, was ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und da haben wir gesagt, es wird unheimlich viel Tatort gesehen, es wird unheimlich viel Kriminalliteratur verkauft. Lass uns ein solches Schauspielhaus machen, was sich dieser Literatur verpflichtet sieht. Das war eigentlich schon alles. Und damit, sage ich mal, es war relativ einfach. Gut, man muss halt darauf kommen. Und das ist so, bei Paragliesischen Wein sind wir da halt darauf gekommen, sagen wir, das wäre es. Ja, und sagen Sie noch mal was zu dem Wechsel in Örtlichkeiten. Ja, wir haben in Wilmersdorf angefangen, also in Nürnberger Straße Ecke-Lietzenburger. Da bot uns damals der Harlauphorten das Interieur, seine alten Wühlmäuse an. Das haben wir dann gekauft von ihm. Er zog dann ja dort weg, an den Theo-der-Häusplatz. Und ja, es war eine exorbitant hohe Miete. Das war für uns kaum zu bewerkstelligen. Gerade wenn man also neu startet. Heute weiß ich, warum. Das Haus sollte also irgendwann dort weg. Und man wollte dort ein Hochhaus hinbauen auf dieser Fläche. Ist ja inzwischen passiert. Ist inzwischen passiert. Und da ich ein Gourmet bin und eine Empfehlung bekommen habe, Mensch, wenn du gut essen willst, geh doch mal ins Umspannwerk Ost im Friedrichshain. Kann man gut essen. Also ich dorthin und entdecke an so einer großen Tür ein kleines Schild, worauf stand Stücke-Theater. Und da habe ich mich erkundigt. Da spielt hier der Stücke-Theater. Nein, nein, die sind schon weg und das Schild ist da nur noch dran. Und so, ich sage, kann ich mir das mal ansehen? Ja, okay. Man hat mir das bereitwillig gezeigt. Es war damals ein leerer Raum mit einer temporären Bestuhlung, einem kleinen Podest. Und ich habe dann mit den Geschäftsführern des Restaurants gesprochen. Wie es auch schon ist, zu mieten und hin und her. Und da waren die sehr begeistert, weil die kannten uns alle schon von Wilmersdorf und sagten, naja, das macht ja tolles Theater. Das wäre doch toll, hierher zu kommen. Und so ist das entstanden, dass wir jetzt in Berlin-Friedrichshain in der Palisadenstraße 48 sind. Dicht an der U-Bahn. Man kriegt auch hin und wieder Parkplatz. Darf ich vielleicht noch ergänzen. Das Umspannwerk ist ja ziemlich aufwendig saniert worden. Deshalb ist das eine sehr super schicke Location. Absolut. Alles, auch ihr Theaters und davon abgesehen. Und die Auflage war, es musste eine kulturelle Nutzung rein. Genau. Deshalb existierte überhaupt der Raum. Sonst hätte es den gar nicht gegeben. Da hätten die Büros reingekommen. Oben sind ja auch Büros dann wahrscheinlich. Das sind Büros, das ist wie gesagt ein großes Restaurant quasi bei uns dran. Mit einem schönen Hof im Sommer. Ja, mit einem schönen Innenhof, alles im Backstein. Und einer Kellerbar. Eine Kellerbar, Theaterclub unten. Also was es alles gibt. Ja, ja, das ist schon... Aber, also, Sie finanzieren ja nicht mit dem Restaurant das Theater. Nein. Was viele dann ja vielleicht denken würden. Sondern Sie sind, und darüber muss man ja sprechen, ein reines Privattheater. Das aber, und das sollten Sie vielleicht auch noch mal erläutern, tatsächlich sich nicht nur ein En-Suite, sondern einen echten Repertoire-Spielbetrieb leistet. Und das auch noch mit einem, ja, doch durchaus, also jetzt vielleicht keinem festen Ensemble, aber mit immer wiederkehrenden Schauspielern. Also, wie machen Sie das? Wie schaffen Sie das? Wie machen Sie die Werbung? Also, Sie müssen es einfach erklären, weil wir ja, wie gesagt, die Kanten, also wir haben ja gerade die Haushaltsberatung für den Kulturetat erlebt und da hat man ja auch erlebt, wie viele Millionen da hingehen, die durchaus strittig sind in manchen Bereichen. Also, wie überlebt man mit einem Qualitätstheater? Das denke ich, nehmen Sie für sich auf jeden Fall in Anspruch. Ja, man überlebt, indem man wirklich einen Spielplan macht, der Zuschauer interessiert. Bei uns gibt es nicht nur Komödien, wobei jetzt vor einer guten Woche habe ich eine sehr schöne Komödie bei uns rausgebracht, die sehr euphorisch von den Zuschauern angenommen wurde, außer Kontrolle. Aber ansonsten haben wir auch sehr viele ernste Stücke und mit leichtem Touch zum Humorigen auch drin. Aber, wie gesagt, ein ansprechender Spielplan ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ein bisschen Selbstausbeutung der Macher dort auch ist, sowohl der Schauspieler als auch der Leute in der Administration und in der künstlerischen Leitung. Das muss man einfach so sehen. Ich habe über die Jahre versucht, ein Ensemble zu bauen, obwohl es nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eins ist, also keins de jure. De facto ist das schon. 50 Schauspieler sind bei uns zurzeit beschäftigt. Das ist auch notwendig, weil eben dadurch, dass man keine festen Verträge hat, sondern nur Stückverträge, dass die Schauspieler dann auch mal schnell und kurzfristig irgendwo drehen können, schnell und kurzfristig irgendwo synchron machen. Dadurch sind die Rollen doppelt, manche dreifach besetzt, wie in der Mausefalle, sodass also immer diese Möglichkeit besteht, dort ein Zubrot zu verdienen. Dann ist es notwendig und wichtig, und da habe ich immer wieder ein großes Dankeschön an Wolfgang Seppelt, meinen Geschäftspartner, der also eine, jetzt läuft das schon über zehn Jahre, eine Akquise macht, was Gastspiele betrifft. Also nicht, dass Leute zu uns kommen, sondern wir fahren zum Gastspiel. Das heißt, wir haben im Moment 18 Stücke im Spielplan, wir können also jeden Tag irgendwas spielen und mit einem anderen Stück unterwegs sein. Es gibt bei der Integer, das war eine Messe, wo also dort die Theaterchefs da sind, die kein eigenes Ensemble haben, die kaufen uns dann ein. Und ohne diese Gastiererei müsste man das Theater völlig neu strukturieren. Also ich befürchte, es würde dann noch schwieriger werden, als es jetzt schon ist. Es ist nämlich schwierig. Wir bauen alles selber, wir haben eine eigene kleine Werkstatt, bauen die Geschichten. Wir haben ein wesentlich kleineres Leitungsteam. Wie gesagt, ich komme auch vom Staatsteater, ich weiß, wie viele Leute das bewerkstelligen, was wir machen in so einem kleinen Wasserkopf, wenn man den dann überhaupt so nennen darf. Das ist kein Wasserkopf. Ja, so viel vielleicht erst mal dazu. Wo gehen Sie hin? Verstehe ich nicht? Wenn Sie jetzt Gastspiele machen, wer fragt Sie? Das geht im deutschsprachigen Ausland, also sprich Schweiz, Österreich und dann sehr viel im südwestdeutschen Raum, aber auch im norddeutschen Raum ein bisschen. Da nicht so viel, sehr viel mehr im südwestdeutschen Raum. Das sind dann aber auch kleinere Bühnen? Nein, nein, da sitzen so. Also wir haben gastiert in Salzburg im Festspielhaus, da sind so dreieinhalbtausend Leute drin. Ja, ja. Das ist schon ganz schön stolz. Da war ich schon etwas überrascht. Ich habe aber schon vorher zu meinem Bildmann gesagt, baue mir noch ein paar Wände an die Seiten dran, damit der Eindruck eines großen Hauses entsteht, wo man reingucken kann. Das haben wir auch gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Es waren sehr gute 2000 Zuschauer drin. Und das ist natürlich schon eine Atmosphäre. Wir haben auch 800 Plätze, 100.000 Plätze. Das ist normal. Wir haben 200 Plätze bei uns im Haus mit einem kleinen Rang. Aber wir sind in der Lage und fähig, auch in großen Häusern zu spielen. Und ohne Mikrofon, weil die Schauspieler sind alle gut ausgebildet für diesen Beruf, sind in der Lage. Wir haben manchmal, also wenn wir jetzt Open Air, was wir auch machen, Name der Rose zum Beispiel, spielen wir unter anderem im Kloster Korin, jetzt in Folge schon zum dritten Jahr. Da haben wir dann so ganz kleine Mikrofone an der Seite und so eine Flächenmikrofone, die das einfach nur noch unterstützen. Weil ich finde das nicht so gut mit solchen Mikroports, wie wir das hier im Fernsehen und Rundfunk machen können. Da ist das ja notwendig und richtig. Am Theater ist es saublöd, weil es dann immer, da steht einer dort, spricht und die Akustik kommt aber aus drei Lautsprechern, die einfach nach Frontal gehen. Und man weiß immer gar nicht, wer sind jetzt dran hier und so was. Das ist dann schon eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, also große Häuser erschrecken uns nicht. Führen Sie eigentlich ausschließlich Selbstregie? Nein, aber zu 90 Prozent. Es gibt noch Matti Wien als Regisseur und Ulrich Voss, der lange Jahre an der Volksbühne, immer noch an der Volksbühne auch noch spielt und bei uns spielt. Der hat einen Dürrenmarkt gemacht bei uns. Matti Wien hat verschiedene andere Sachen gemacht. Aber so 90 Prozent sind durch mich gemacht worden. Aber erklären Sie doch nochmal, also Berliner Kriminaltheater, ist das, also ich meine, heute ist Henning Mankell gestorben, ja auch ein großer Krimi-Autor. Also sind das schon zu 90, 80 Prozent, also Kriminalstücke? Ja, natürlich. Also sagen wir mal so, also Henning Mankell habe ich gemacht vor dem Frost. Es sind, sagen wir mal so, die Philosophie des Theaters geht von A, Agatha Christie, bis S, Shakespeare. Alles, was mit Mord und Totschaft zu tun hat. Dazwischen lagert sich ein Dürrenmatt an, da könnte sich ein Hauptmann anlagen, Dürrenmatt haben wir im Spielplan. Also alles, was damit irgendwie zu tun hat. Man könnte auch, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, ein wunderbares Stück. Scheiße, okay, sorry. Ja, also alles, was damit in irgendeiner Weise zu tun hat. Wir haben gemacht, die Beichte, der ist ein österreichischer Autor, Österreich total bekannt, in Deutschland nicht so sehr. Da geht es um Kindesmissbrauch. Und das hat bei uns leider, sagen wir mal so, die doppelte Anzahl an der Stadttheater Vorstellungen gebracht. Nämlich 25 Mal haben wir es gespielt. Wir spielen ansonsten die Stücke bei uns im Regelfall 150, 250 Mal. Die Mausefalle ist da der Ausreißer mit 1250 mittlerweile. Wahnsinn. Mausefalle hat acht handelnde Figuren, ich sage jetzt mal verbraucht, habe ich bisher 78 Schauspieler. Und Sie bekommen tatsächlich keine öffentliche Förderung vom Senat? Nein, auch nicht von jemand anderem. Also wir haben, sagen wir mal, mit einem Autohaus Konditionen ausgehandelt, weil die eine kleine Werbung bei uns mit draufschalten, dass die Leasingfahrzeuge nicht ganz so teuer sind, wie vielleicht jemand anderes das liest. Aber das ist auch alles. Sind eigentlich die Tantiemen für die Autoren, die sind ja nicht billig. Nein, das sind 10 Prozent. Bei den Leuten da, die sind ja stars, also die berühmt sind ja nicht irgendwelche Kleinschreiber. Weil vorhin, was Sie gerade sagten, dass Ihnen das so gefällt mit dem Englisch-Übertitelung, wir hatten die Absicht, das zu machen in der Mausefalle speziell. Weil, es gibt ja viele Touristen, Englisch-Sprache-Natur, hat uns London, wo die Hauptrechte liegen, nicht gestattet. Durfte man nicht machen. Was ich sehr bedauert habe, ich hätte das gerne gemacht. Nicht mit Übertitel, sondern wir hätten es in Englisch gerne gespielt. Oder mit einer anderen Übersetzung, aber da muss man es eben neu übersetzen lassen. Und man kriegt die Rechte nicht von Verlagern. Ja. Ja, nochmal zu den Stücken. Also nehmen Sie nur Kriminalstücke oder entwickeln Sie auch aus Romanstoffen eigene Stücke und schreiben Sie die oder wer schreibt die? Also wir haben Sebastian Fitzek drin, Seelenbrecher. Das hat eine Dramaturgin bearbeitet. Ich habe jetzt den Namen nicht parat, tut mir leid. Und ich habe dann auch noch so ein bisschen drin rumgeschrieben und gemacht und getan. Also wir entwickeln auch aus Prosa-Vorlagen Stücke. Namen der Rose. Namen der Rose habe ich auch dann gemacht. Man vergisst sowas alles. Namen der Rose, dass der Sohn Wälzer ist und daraus eben das auf die Bühne zu bringen. Da habe ich zu meiner großen Freude, also oft gehört, dass die Zuschauer gesagt haben, habe ich überhaupt nicht gedacht, dass man das auf die Bühne bringen kann. Genau so habe ich auch reagiert, als ich das gesehen habe. Und es ist wirklich wahr, dass man so einen großen Stoff, philosophischen Stoff so komprimieren kann, ist schon sehr schön. War eigentlich mal jemand von den politischen Akteuren bei Ihnen, um das auch vielleicht auch mal, oder sagen Sie, ich will unabhängig sein und will auch gar kein Geld. Also wir haben ja letztes Mal mit Wolfgang Stüssel vom Kinder- und Jugendtheater, der eben immer sagt, ja, wenn man für kleine Menschen, junge Menschen was macht, kriegt man wenig Geld. Macht man für Erwachsene, kriegt man mehr. Und das auch sehr bedauert hat, obwohl da ja eigentlich der Auftrag viel extremer nochmal ist. Das ist so eine zwiespältige Frage. Also einerseits würde ich natürlich schon gerne im Interesse meiner Schauspieler schon ein bisschen an Subventionen haben. Wenn ich also abfedern würde die Fixkosten, die da also nicht nur Miete sind, sondern die sind Versicherungen für die Zuschauer. Oder auch bei Gastspielen, das sind unglaublich teuer. Das wäre schon sehr hilfreich. Aber manchmal sage ich auch, naja, mein Gott, wir können uns nur selber schließen und können nicht von jemandem geschlossen werden. Was auch ein Vorteil ist. Und noch die Frage, die Sie da vorgestellt haben. Nein, von den Politikern, also sagen wir jetzt mal gerade speziell Kulturpolitikern, Herr Wobreit hat sich beim zehnjährigen Jubiläum immerhin dazu herabgelassen, ein Grußwort zu schreiben. Das Theater hatte er noch nicht von innen gesehen, sein damaliger Staatssekretär auch nicht. Der Herr Müller ist auch eingeladen worden zur letzten Premiere, war natürlich auch nicht da, sein Staatssekretär. Hatte auch keine Zeit. Ich kann das nicht verstehen. Ich finde, es ist auch eine ziemliche Arroganz, die da manche Politiker so mit sich rumschleppen. Aber na gut, Sie sind halt so. Ja, vielleicht konnten wir aber doch einige Zuschauer interessieren für Ihr Haus und auch Lust machen, nach Friedrichshain in die Palisadenstraße zu gehen. Das würde mich freuen. Ja, mich auch. Und wir sind schon bei unserer Tipprunde und Herr Rumpf, gleich, ich denke, es ist an Ihnen. Sie starten als Gast mit einem Tipp. Wo sollen die Leute hingehen? Vielleicht sprechen Sie über Ihr eigenes Haus? Naja, es gibt in Berlin schon eine Menge Häuser, die man empfehlen kann. Aber als Intendant des Berliner Kriminaltheaters empfehle ich natürlich mein Haus. Zumal wir gerade ganz frisch eine Premiere hatten. Und wenn man sich durchs ganze Repertoire durcharbeitet, kann man uns sehr oft besuchen. Also ins Kriminaltheater. Ja. Was ist denn die aktuelle Premiere? Sagen Sie doch mal. Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. Sehr schöner Plot, wunderbar. Ein Staatsminister, ich spiele in England, Staatsminister der Regierung, will sich zu einem kleinen Tätertee mit der Sekretärin der Opposition treffen. Und die sind auch schon sich sehr nahe gekommen. Da wird ja ein bisschen heiß und sie sagt, ich will das Fenster nochmal aufmachen. Ich mache die Vorhänge zurück und da liegt eine Leiche. Und jetzt geht es mit einer großen Verwicklung darum, Scheiße, 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 die Leiche muss weg, damit man hier zur Sache kommen kann. Das ist eben Verwittung. Ja, also soll ich mal was sagen. Also das Schauspiel macht ja momentan kein gutes Gesicht in der Stadt. Muss ich mal ein bisschen pauschalisierend sagen. Zumindest ist es die jüngste Produktion. Deshalb nochmal auf in die Deutsche Oper. Da kommt in nur einer Vorstellung, was mir unbegreiflich ist, am 28. Oktober Don Giovanni. Und der hat es nämlich insofern unglaublich hinter den Ohren, die Hauptfigur sowieso. Sondern dass nämlich Roland Schwab, der Regisseur, die Titelfigur gedubelt hat, da treten also immer chorig, zumindest pantomimisch, zehn oder zwölf Herren auf, die das ganze Ding durchziehen. Also das ist so gewitzt und geil. Sie denken alle, dass es Schwachsinn. Es ist ein ganz gewitztes, pfiffiges. Ich habe noch kaum so eine originelle Giovanni-Inszenierung gesehen, wie diese am 28. Oktober von Roland Schwab in der Deutschen Oper. Eine Vorstellung jetzt. Dann ist wieder weg für ein ganzes Jahr wahrscheinlich. Ja, Herr Lücker. Ihr Tipp? Ja, ich empfehle ein Stück, das derzeit noch im Radialsystem läuft, das heißt Der Ballon. Das ist ein Hörspielparcours über einen Fluchtversuch aus der DDR im Jahre 1989, im März 1989, wo ganz tragisch jemand ums Leben gekommen ist. Die Premiere war schon am 1. Oktober. Weitere Aufführungen sind noch am 28. und 29. und 30. Oktober. Die Beteiligten sind Julian Klein, Caroline Labusch, Ulf Pankock und Alexander Schmidt. Und ich empfehle das vor allem, weil mein lieber Kollege Julian Klein dieses Projekt auch mitgemacht hat. Und man muss wirklich mal sagen, dieser Mensch macht alle zwei, drei Jahre ein neues Stück. Und das hat es immer so in sich. Und ich werde noch hingehen. Ich weiß aber auch, dass das schon richtig gut ist. Und ist halt auch zu 25 Jahren Wiedervereinigung ein Stück, was jetzt natürlich an diesem krassen Opernwochenende so ein bisschen untergegangen ist, wie alle kleineren, in Anführungsstrichen, kleineren Stücke und Produktionen in dieser Stadt. Der Ballon im Radialsystem. Ja, danke schön. Ich greife auf das große Wochenende zurück und empfehle unbedingt Giacomo Mayabears Vasco da Gama. Nicht, weil es so eine perfekte Opernisszenierung ist, sondern weil man Mayabear weitgehend vergessen hat und kaum mehr als große Oper kennt. Es ist auch eine Grand Opera und das ist auf jeden Fall sehens-, hörenswert, großartige Musik. Ein tolles Bühnenbild. Irgendjemand hat gesagt, es ist ethno-kitsch, aber ich finde, es ist einfach mal schön. Und man hält die fast fünf Stunden ohne Probleme durch, weil man einfach ein tolles Sängerensemble hat. Will ich gar nicht so groß herausheben. Also meines Erachtens angucken, weil es so selten gespielt wird. Wie gesagt, nicht in jeder Weise rund, aber absolut sehens- und hörenswert in der Deutschen Oper. Es gibt ja zwei Pausen in der Deutschen Oper. Es gibt zwei Pausen Vasco da Gama. Und ich muss es heute sagen, weil leider ist es für diese, ich glaube, für die ganze Saison schon bis zu unserer nächsten Sendung abgespielt. Und das bei so einer, ich meine, es kommt dann ins Repertoire, denke ich, aber es ist nur noch im Oktober zu sehen. Und zwar am 7., 11., 15., 18. und 24. und 10. Und ich habe geguckt bis Saisonende, ich habe nichts mehr gefunden. Also man kann nur hoffen, dass es dann in der Bühne ist. Mit den Stars zu tun und dieser riesen Aufwand. Das stehen ja mehrere hundert Leute wahrscheinlich auf der Bühne. Das ist ja unglaublich. Es ist ein riesen Aufwand an Komparsen, an Chor, an allem. Großer Knaller. Ganz, ganz, ganz großer Knaller. Und ich finde, wie gesagt, nicht in jeder Hinsicht perfekt gemacht und super gut. Aber es ist einfach toll, sich das anzugucken und Meierbeer als Opernkomponist für sich wieder zu entdecken. Aber ordentlich erzählt, das ist auch schon eine Tugend und es gibt ja hinreißende Liebestote in dem Stück. Ja, ich danke erstmal, wir sind schon am Schluss unserer Sendung. Ich danke unseren Gästen, Herr Rumpf, vielen Dank, Arno Lücker, Reinhard-Wenk-Giereck für die rege Diskussion. Wir sehen uns wieder am 2.11. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018